Und die Inflation, und das muss ich ganz deutlich betonen, ist eine Steuer. Dann verstehe ich in diesem Zusammenhang, dass gewisse Junge zu den Sozialisten neigen, weil die Sozialisten sind sehr gut im Lügen. Sie lügen über alles. Wenn jemand etwas freiwillig macht, macht er es besser, als wenn er unter dem Zwang der Regierung etwas tut. Die haben mir gesagt, wir geben auf, weil die Regionsauflagen derart geschäftshemmend sind. Wir können das nicht mehr machen. Das ist die Diplomatie der Amerikaner. Teppichbombardierungen. Heute habe ich wieder mal die große Ehre, einen sehr spannenden Gast zu interviewen. In diesem Fall Marc Faber mit seinem Gloom-Doom-In-Boom-Report hat er weltweit Leser und warnt Menschen vor Krisen und wie sie diese Krisen nutzen können, um für sich auch als Gewinner durch diese Krise zu gehen. Herr Faber ist jahrzehntelang im Investmentmarkt, lebte lange in der Schweiz, ist dort geboren und hat dann den Ausweg nach Chiang Mai, Thailand gesucht. Er lebt dort seit mittlerweile 50 Jahren und ist ein weltweit angesehener Analyst. Herr Faber hat bereits drei Videos mit mir auf diesem Kanal gedreht, die immer sehr stark polarisierten, weil er eben eines tut, was man in Deutschland heute nicht mehr oft sieht. Er macht den Mund auf und er nimmt kein Blatt vor den Mund. Wir werden heute darüber sprechen, warum Deutschland sich gerade den Bach hinunter begibt und mit Vollgas gegen die Wand fährt. Wir schauen uns an, wie der Sozialismus den Kapitalismus unterdrückt und wie die Welt sich verändert und dass der Westen seine demokratischen Züge immer schneller verliert. Wo in Zukunft die Chancen liegen und wie sich der Einzelne schützen kann, all das sind Themen des heutigen Gesprächs. Ich freue mich darauf, Sie begrüßen zu dürfen. Herr Faber, schön, dass Sie da sind. Ja, danke vielmals. Es freut mich, teilzunehmen. Ich habe natürlich die deutsche Politik und die Wirtschaftsentwicklung schon immer verfolgt, weil zu meiner Jugendzeit war Deutschland das Wirtschaftswunder eigentlich in der Welt und eine unglaubliche Dynamik herrscht in der Wirtschaft und der Wiederaufbau nach dem Krieg war natürlich unglaublich erstaunlich in der Produktivität und Intensität der Volkswirtschaft. Ja, mir ist es vor allem auch wichtig, und schön, dass Sie es erwähnen, den Blick der Welt auf Deutschland zu sehen. Wir sprechen ja mit vielen Menschen aus allen möglichen Ländern, auch aus der Schweiz, aus den USA. Und jetzt in Thailand sieht man Deutschland vielleicht doch ein wenig anders als der deutsche Wirtschaftsminister Robert Habeck, der uns am liebsten alle eher in die Planwirtschaft bringen würde als in eine Demokratie. Jetzt ist Thailand natürlich auch keine klare Demokratie, aber scheinbar existieren dann doch etwas mehr Freiheiten. Und lassen Sie uns doch mal einen Blick auf die aktuelle Situation werfen, wie Sie es wahrnehmen. Ich habe gerade die Schlagzeile gelesen, dass verschiedene Hedgefonds auf den Niedergang deutscher Aktien wetten. Teilen Sie diese Meinung, Herr Faber? Nein, nicht unbedingt, weil was passiert ist in den letzten zehn, zwölf Jahren, ist doch, dass das Geld von Europa und Asien nach Amerika sich verschoben hat und die amerikanische Börse sehr stark nach oben gedrückt hat. Wobei man unterscheiden muss, wenn man den Index anschaut, wie ist der Index gestiegen? Theoretisch kann ein Index, ein Börsenindex steigen. Dadurch, dass nur eine Aktie sehr stark steigt und die anderen bewegen sich seitwärts oder leicht nach unten. Und das ist in Amerika passiert. Es gibt, sagen wir, zehn bis zwanzig Werte, Halbleiter und eben diese fahrend und verwandte Aktien, Nvidia und Amazon und Facebook und Google und so weiter, die waren sehr stark. Aber der breite Markt hat sich kaum bewegt. Und das ist auch in Deutschland der Fall gewesen, dass einige Aktien stark gestiegen sind und die meisten anderen haben sich kaum bewegt. Das ist zum Beispiel, schauen Sie die Finanzwerte an, viele Finanzwerte in Europa sind immer noch tiefer als im Jahre 1998 oder DAFTO 90 oder tiefer als im Jahre 2007 und so weiter. Und die europäischen Börsen, die kann man zusammenfassen im Eurostopps-Index. Das ist ein Index von den 50 grössten Firmen. Und wenn man den Relativvergleich zum S&P 500 in Amerika, dann ist der Eurostopps-Index unglaublich gefallen relativ zum S&P in den letzten zwölf Jahren. Und ich denke, dass jetzt die Aktien in Europa eher steigen werden, weil ob sie Sozialismus oder Kapitalismus haben in einer Wirtschaft, insbesondere unter Sozialismus, steigen Aktien ziemlich stark, weil die wirtschaftspolitischen Massnahmen bevorzugen grosse Firmen und bevorzugen Unternehmungsgewinne auf Kosten der Bevölkerung, die eigentlich einen tieferen Lebensstandard erreicht, weil die Kosten stärker steigen, die Lebenskosten steigen stärker als die Löhne. Das ist also in Europa ganz deutlich passiert und auch in Deutschland. Und ich meine, ich muss da also wirklich betonen, Die deutsche Wirtschaft war eine vorbildliche Wirtschaft, jetzt wohl ungefähr der Zeit, wo die Sozialisten und die Grünkommunisten das Land in die Hand gekriegt haben. Und seit dieser Politik, besonders unter Scholz, Abbeck, Baerbock usw., ist alles ein komplettes Desaster geworden für Deutschland. Man hat wirtschaftspolitische Massnahmen, die funktioniert haben, relativ ersetzt durch ideologische Prinzipien, die für die Wirtschaft höchst, und ich betone, höchst schädlich waren und den Lebensstandard des deutschen Arbeiters und der Mittelklasse deutlich und deutlicher gesenkt haben, als was die Regierung uns vorschwätzt. Es ist eine Katastrophe, wie Deutschland durch die falschen Politiker einen wirtschaftlichen Selbstmord getrieben wurde. Sie sprechen es an, Deutschland hängt wirtschaftlich allen anderen Industrienationen, die im Aufschwung sind, gerade in dieser Welt. In den letzten Jahren massiv hinterher, das zeigen etliche Statistiken, das zeigen etliche Wachstumszahlen. Man sieht es auch an der Migration in Deutschland, dass Deutschland, und so sprechen ja auch viele andere Länder auf der Welt darüber, Deutschland wird förmlich geflutet durch Migration. Jetzt kann man natürlich in Deutschland sowas eigentlich nicht mehr offen sagen, ansonsten hat man ganz schnell einen fetten roten Stempel. Was sind Ihrer Meinung nach die größten Gründe dafür und wie sieht man das jetzt aus? Chiang Mai, Sie sind ja in Thailand, wie sieht das Ihrer Meinung nach, Ihrer Wahrnehmung nach der Rest der Welt? Weil in Deutschland hat man das Gefühl, es gibt zwei große Läger, es gibt einmal das Lager derjenigen, die sich genau auf der Seite befinden, über die wir gerade reden, und dann gibt es diejenigen, die sich an der Straße festkleben. Ja, natürlich, das ist der Fall. Aber ich würde doch sagen, dass der Rutsch nach links in ganz Europa weitgehend von den Vereinigten Staaten gesteuert wurde. Und ich bin also überzeugt, zum Beispiel jetzt kürzlich hat es große Demonstrationen gegen die AfD gegeben und so weiter. Das wird weitgehend finanziert von Institutionen, die Geld aus Amerika kriegen, um Änderungen nach links zu bringen. Und ich wäre also da ganz vorsichtig, und ich würde daher zur Ansicht gewisser Politiker in anderen Ländern lehnen, die derartige Stiftungen, die aus Amerika finanziert werden, würde ich eigentlich ausweisen aus meinem Land. Und ich weiss das ganz genau, weil vor drei, vier Jahren hatten wir Demonstrationen in Hongkong. Und man fragt sich natürlich, wer dahinter stand. Nun ist es ganz genau erwiesen worden, dass hinter diesen Aufständen der Organisation, der Finanzen und so weiter, amerikanische NGOs, also Gewalttätigkeitsorganisationen, die allerdings von der CIA und FBI und vom Staat in Amerika finanziert wurden. Und ich weiss das ziemlich genau, weil ich der Trustee war, der Kinder, von einem dieser Demonstrationsanführer, dem Jimmy Lai, der im Gefängnis sitzt im Moment. Und die Chinesen haben dann also lustig reagiert und aufgrund dieser Demonstrationen wurden dann sicherere, oder also ziemlich strenge Rechtsvorschriften vorgenommen, um eben solche Demonstrationen, die zur Instabilität der Region führen, zu verbieten. Wie haben die eisende Security laws? China sprach nie davon, aber nach den Demonstrationen haben sie das eingeführt. Das ist das Resultat. Und schauen Sie, wer sich auf die Vereinigten Staaten verlässt, der kriegt zwar Geld ins Portemonnaie, persönlich auch unter dem Tisch und überall und zum Teil und zum Teil den ganzen Tisch, wie in Ukraine bekannt ist. Aber es schadet dem Volk sehr stark. Und anstatt billiges Öl und billiges Naturgas aus Russland zu beziehen, und Russland hatte nie ein Problem mit Deutschland, außer nach dem Zweiten Weltkrieg, jetzt müssen sie es beziehen von Amerika und das ist unzuverlässig und teurer. Und die Gründekommunisten haben dann noch den dummen Gedanken, dass man ganz Deutschland die Energie versorgen könnte mit Windmühlen. Das ist der beste Witz. Wenigst produktivste Energiequelle sind Windmühlen. Die kosten viel mehr, als sie je Energie erzeugen werden. Und sind natürlich nicht umfeldfreundlich. Aber das sind eben die grünen Kommunisten. Das ist eine Ideologie, das ist eine Sekretär. Das ist keine Partei, die effizient die Wirtschaft führen möchte. Gar nicht. Es geht um ihre Macht. Und ihre Macht ist intolerant. Aber das Problem ist natürlich, dass die reichen Leute in jeder Wirtschaftsform von den Sozialisten profitieren können. Weil eines ist ganz klar, in jedem politischen System und unter den Sozialisten ist es am einfachsten, sie zu bestechen. Das muss ich ganz klar und deutlich sagen. Im Kapitalismus geht es um den freien Wettbewerb. In den sozialistischen Ländern geht es um Korruption. Da kriegen sie die Aufträge der Regierung durch Geldbezahlungen an Inkompetente. Je inkompetenter der Beamte ist, muss man sich ja noch die Ursula von der Leyen anschauen, desto mehr kann man sie korruptieren. Jetzt haben sie darüber gesprochen. Ja klar, Inkompetenz. Ein kompetenter Mensch, der ist im Privatbereich tätig, ein erfolgreicher Unternehmer. Eine Flasche geht in die Politik, denn in der Politik werden die Flaschen nach oben bewördert. Jetzt haben sie natürlich eine krasse Sache angesprochen und zwar ist es aber auch das, was man, gerade wenn man auf der Seite der freien Marktwirtschaft steht und von Marktmechanismen, die sich selbst regulieren durch eben Leistung und Wettbewerb, wenn man dann darüber spricht, dass wir von einer Politik getrieben sind in einzelnen Sparten, die tatsächlich so ideologisiert sind, sie nennen es jetzt eine Sekte, wie auch immer, dann ist ja die große Frage, wie es dazu kommt und wer genau dieser Profiteur ist oder wer die Profiteure sind, die von dieser Entwicklung immer mehr hin zum Sozialismus profitieren. Es gibt ja einige, es gibt ja nicht nur NGOs, es gibt ja auch große Organisationen, die genau diese Agenda mittreiben und verfolgen. Welche Namen und welche großen Organisationen sehen Sie hier denn, Herr Faber? Ja, also die erste Frage ist, wie kommt es dazu? Das ist wirklich eine interessante Frage, denn wir wissen nicht ganz genau, wie es zu etwas kommt, was der treibende Grund ist. Aber es gibt einfach in der Geschichte von Zeit zu Zeit, in Englisch wurde ein Buch anfangs des 19. Jahrhunderts veröffentlicht, und das heisst Extraordinary Popular Delusions and the Madness of Crowd. Das ist ja für Finanzleute eigentlich ein wichtiges Buch, es ist wie eine Bibel von Manieren, und da besprechen sie unter anderem verschiedene Kapitel, aber ich kann Ihnen einige erwähnen. Und dann haben sie Mississippi Scheme, South Sea Bubble, Tulip Mania, die Alchemists im Mittelalter, den Fortune Telling, die Magnetizers, die Crusades, also die Kreuzzüge, Witch Mania, das ist die Hexenjagd, und so weiter, und so weiter. Es ist sehr wichtig, das zu verstehen, dass das von Zeit zu Zeit durch Propaganda weitergeleitet wird. Und ich meine, es ist einfach so, der Kapitalismus ist nicht ein angenehmes, sagen wir, Dasein, in dem der Druck der Konkurrenz sehr groß ist, nicht? Und wenn sie falsch liegen im Kapitalismus, angenommen, in ihrem Dorf hat es 100 Bäcker, dann überleben am Schluss drei, vier, weil die anderen Fehler machen, und wenn sie Fehler machen, gehen sie bankrott, nicht? Das ist die Unschönheit des Kapitalismus, aber das macht eben den Kapitalismus erfolgreich, weil er ist nicht stationär, sondern ständig ändert er sich, und man muss sich im Geschäft an diese Änderungen anpassen. Mein Geschäft, das Anlagegeschäft, ich kann Ihnen versichern, ist auch anders als vor 50 Jahren. Vor 50 Jahren hatten wir nur Telex, nicht einmal Faxmaschinen, nicht Mobile Phones, und, und, und. Das war ganz anders. Und man muss sich eben anpassen, und die Sozialisten können natürlich durch diese Anpassung, und dadurch, dass wenige Konkurrenten überleben, werden die Reichen natürlich sehr reich, und da kann man sie leicht angreifen, diese Runde, die haben uns ausgebeutet, und, und, und. Aber die Tatsache, in Amerika gab es eine Periode, ein Zeitalter, man nennt das Robber Barons, oder, das sind die Raubritter, die Robber Barons. Und man nannte sie die Robber Barons, weil sie in der Wirtschaft sehr erfolgreich waren, wie Van der Bild und, äh, und einige anderen, und Rockefeller und so weiter, und Carnegie. Aber die Tatsache, ist, dass im 19. Jahrhundert, also zwischen 1870 und 1900, die Reallöhne stiegen in Amerika, und weshalb gingen so viele Leute von Europa flüchten nach Amerika, oder hatte die Migration, die Auswanderung von Europa nach Amerika, weil eben die Arbeitsbedingungen in Amerika besser waren, als in Europa, und die Reallöhne stiegen und so weiter. Sie waren nicht gut im Vergleich zu den heutigen Verhältnissen in der Fabrik, aber sie waren wesentlich besser als in Europa, und dadurch, dass die Eisenbahnen so effizient waren, und die Kanal auch, auffielen die Preise in Amerika zwischen 1870 und 1910, sodass die Realeinkommen stiegen. Und im ganzen 19. Jahrhundert in Amerika und auch in Europa betrugen die Staatsausgaben nirgends, nirgends mehr als 12 Prozent. Im Jahre 1913 hatte kein Staat in Europa und in Amerika Staatsausgaben, die grösser waren als 13 Prozent des Bruttosozialproduktes. Und heute, das ist ein schleichender Krebs, wie die Regionen sich ausgedehnt haben. Wenn Sie die Statistiken lesen über die Arbeiter, dann nehmen die Arbeiter zu, die für die Regionen arbeiten und im Umweltbereich sinken sind. In meisten Ländern. Und je mehr Regionen sie haben, desto mehr Kommissionen sie haben, desto mehr Regulationen sie haben, desto mehr Gesetze sie haben, und das ist alles geschäftsschädend. Schauen Sie die Bauern, weil es natürlich in meiner Welt der Wirtschaft sollten die Bauern keine Subventionen erhalten. Ich bin ganz gegen das Subventionswesen in jedem Fall und auf jeder Ebene in der Region. Aber gut, nachdem alle anderen Subventionen kriegen, sollen die Bauern jetzt auch Subventionen haben. Aber ihnen wurde das Geschäft kaputt gemacht. Ich kenne viele Landwirte in Deutschland, die haben mir gesagt, wir geben auf, weil die Regions Auflagen derart geschäftshemmend sind. Wir können das nicht mehr machen. Profitabel. Herr Herr Faber, Sie sprechen es gerade an. Wir haben auch das Thema Staatsschulden und dann wiederum Regulierung, die ganze Branchen kaputt machen hier in Deutschland. Gleichzeitig allerdings pulvert Deutschland 33 Milliarden Euro an Entwicklungshilfe für andere Länder raus. Jetzt haben wir in Deutschland vielleicht keine 130, 140 Prozent Staatsverschuldung, wie es die Amerikaner haben, gegenüber dem Bruttoinlandprodukt, sondern sind hier noch etwas humaner unterwegs. Dennoch wird das Geld, das Steuergeld herausgeblasen, als gäbe es kein Morgen. Wie passt das denn zusammen, dass die Politik immer mehr und mehr Geld ausgibt und die Menschen zeitgleich immer weniger übrig haben und in der Altersarmut in Deutschland verenden? Ja, das ist eben das Problem. Schauen Sie, Sie haben einen eigenen Betrieb. Sie wissen, falls Sie ein Unternehmer sind, Erfolg sein wird. Wissen Sie mehr oder weniger, was Ihre Ausgaben sind, monatlich oder täglich oder jährlich. Und mit diesen Ausgaben müssen Sie einen Betriebsgewinn erwirtschaften, der die Ausgaben übertrifft. Also Sie müssen so viel verdienen, dass Sie Ihre Ausgaben im Geschäft decken können. Wenn Sie das nicht tun können, werden Sie sich früher oder später bankrott machen. Aber in der Gesamtwirtschaft, in der Volkswirtschaft, die von Bürokraten geführt wird, geben Sie Geld aus, das nicht Ihr eigenes Geld ist. Jedermann, der in ein Restaurant geht, jedermann, der einkaufen geht, ist bewusst, macht sich einen Begriff der Preise. Und was er kaufen kann, kauft er, und was zu teuer ist, kann er nicht kaufen. Aber in der Volkswirtschaft, die Bürokraten, die geben aus Geld, weil es nicht ihr eigenes Geld ist, es ist jemandem anderem Geld. Und dann geben sie mehr aus, als sie einnehmen durch Steuereinnahmen und das bringt dann in meisten Fällen eine steigende Inflationsrate. Und die Inflation, und das muss ich ganz deutlich betonen, ist eine Steuer, ist gar nichts anderes als eine Steuer. Denn man könnte ja die Steuern erüllen und dann würde der Haushalt Defizit verschwinden. Aber wenn sie die Steuern erhöhen, ist das sichtlich, die Inflation verheimlicht, die Tatsache, dass es eine zusätzliche Steuer ist, indem eben die Lebenskosten stärker steigen als die Löhne. Und wenn wir uns das einmal genauer anschauen, sehen sie dann in dieser Entwicklung enden? Wir haben ja, wie sie gerade ihr Buch gezeigt haben, in der Geschichte genau solche Entwicklungen immer wieder erlebt. Jetzt sind wir die Gesundheitsversorgung immer schlechter wird. Das kann ja nur am Ende in einer dramatischen Spannung und letzten Endes Spannungen, die sich dann in Aufständen auswirken, enden. Oder wie sehen Sie das? Ja, das ist ganz richtig, was Sie sagen. Aber ich würde noch dazu führen. die Leute, die in der Eliteklasse sind und die Bürokraten, also die politische Klasse, ich würde annehmen, dass sie heute bestrebt ist, Unruhen zu stiften und dann eine totalitäre Machtübernahme vornehmen werden weil sie können dann argumentieren, ja, es gibt so viele Unruhen, es gibt Verbrechen und die Gesellschaft ist in einer Turbulenz. Jetzt müssen wir mehr radikale Massnahmen treffen, wir haben Zensur des Internets und 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 verstehen Sie? Und dass der Einfluss auf die Regierung von Inflation, wenn die Inflation also hoch steigt, ist höchst negativ, also ich kann Ihnen versichern und es gibt übrigens ein sehr gutes Buch, das ich Ihren Lesern empfehle, das ist über die Hyperinflation in Deutschland zwischen 1918 und 1924 und das ist geschrieben worden von einem Italiener Konstantino Bresciano zu Robi die Analyse of Inflation ja ja kurz und gut er beschreibt den Einfluss der Inflation auf Aktien auf die Währung auf die Wiesel Kurse auf Gold auf Löhne und auf die Gesellschaft die Veränderungen in der Gesellschaft und eben wir haben in Amerika ganz deutliche ganz klare Statistiken dass seitdem wirklich viel Geld gedruckt wurde nach 1971 ist der Anteil am Gesamteinkommen der Vereinigten Staaten und der Anteil am Gesamtreistum der 0,1 Prozent der Bevölkerung sehr stark gestiegen auf Kosten der 90 Prozent der Bevölkerung das eigentlich flach geblieben ist und zum Teil gefallen ist also es gibt dann eben diese wie sie ein sehr großes Einkommens und Reichtumsspalte die verbreitet sich durch das Geld drucken es ist ja klar die Leute die geboren wurden die Eltern hatten die vermöglich waren und Land hatten oder Gebäude hatten in Städten und Aktien gehabt haben die haben profitiert sehen sie ein großes Problem der Zentralbank Politik ist dass die Jungen unter einer Erschwinglichkeits unter Erschwinglichkeits Problemen leiden leiden die möchten gern ein Haus oder eine Wohnung im Stadtzentrum mieten aber sie können es nicht schauen sie als ich begann zu arbeiten im Jahre 1970 gut ich hatte einen Rest Abschluss und so weiter aber ich habe dann eine Wohnung gemietet im Jahre 1972 in Zürich die war hinter dem Stadttheater das beste Lage wo sie haben können hinter dem Stadttheater drei Minuten zu Fuß zum Bellevue und an dem Paradeplatz sagen wir sieben zehn Minuten gut und gut ich bezahlte für diese Wohnung sieben Prozent meines Einkommens zeigen sie mir eine Stadt in Deutschland München Berlin Frankfurt Düsseldorf wo sie ein junger der gerade zu arbeiten beginnt für sieben Prozent seines Einkommens Wohnen mieten kann gibt es nicht auch in Amerika nicht auch in Asien nicht gibt es nicht mehr das ist das Problem der Inflation solange die Aktien steigen sagen ja die wunderbar und so aber für die Erschwinglichkeit der jungen Leute ist das eine Katastrophe ist das eine Katastrophe dann verstehe ich in diesem Zusammenhang dass gewisse Junge zu den Sozialisten neigen weil die Sozialisten sind sehr gut und das ist im Lügen sie lügen über alles das haben sie von gewissen Leuten gelernt aber das Problem ist diese Lügen treten immer gegen die reichen Leute zu und man sagt ja das sind wegen den Reichen bist du Arsensch das ist das Argument sie argumentieren nie ja das ist eigentlich so im Leben dass gewisse Pferde schneller rennen als andere Pferde und dass gewisse Leute Qualifikationen haben ich könnte kein Konzert Pianist werden ich versichere ihnen das oder auch kein Oper Sänger es gibt Leute mit verschiedenen Qualifikationen aber das wollen die Sozialisten nicht sie wollen alle Bäume auf die gleiche Höhe abschneiden dann leiden natürlich die Leute die Unternehmer sind die nach oben gestiegen sind welche Rolle Herr Faber spielt denn dabei die EU denn wir haben ja Deutschland auch in anderen Zeiten gesehen und Sie haben es angesprochen Sie sprechen von Sozialisten lassen Sie uns doch mal den Bogen spannen ja gut die EU hat gewisse Vorteile mit sich gebracht die wir bereits früher hatten nämlich ein Freihandel unter den europäischen Ländern war Bestand zum Teil schon vorher und man kann jetzt ohne Pass von A nach B reisen und so weiter und so fort aber andersweit ist die EU dank der tiefen Qualität der Leute die in der EU sitzen in alle die beantworten ist für Europa eine wahre Katastrophe eine wahre Katastrophe also ich würde wenn ich ein Land wäre und ich in der Schweiz bin ich ein Mitglied des Komitees für die Neutralität der Schweiz und der Hauptgrund dafür ist dass wenn wir das verankern in der Verfassung dann ist ein Zutritt zur EU unmöglich auch zur NATO aber die Sozialisten in der Schweiz wollen das sie wollen in die EU weil es Geld gibt zum verteilen und dann gibt es Geld für Kommissionen da sitzt jeder Beamte in einer neuen Kommission und kriegt noch etwas mehr Lohn also ich bin ganz also ganz extrem Anti EU das ist eine Katastrophe dieses Gefüge das geschaffen wurde das einzige das positiv war dass man ohne Pass von A nach B reisen kann damit abgesehen davon man hätte das einführen können ohne EU verstehen Sie genau wir sehen auch was die Probleme sind dass jeder ohne Pass einreisen kann und ich habe doch viele mich mit der Wirtschaftsgeschichte befasst und so weiter das Zeitalter des Glanzes in Italien in der Renaissance Lorenzen und Venedig und all diese Städte die war eine Zeit großen Erfolges dadurch dass Konkurrenz bestand zwischen diesen einzelnen Städten mussten Sie etwas richtig tun damit sie florierten und heute in Asien wir hatten große Konkurrenz zwischen Taiwan Südkorea Japan China und so weiter und ob das weiterhin so sein wird weiß ich nicht weil China ist riesig geworden es war nichts im Jahre 1970 und heute in der Industrieproduktion ist es wesentlich grösser als Amerika und wenn Sie die Zementproduktion in China anschauen dann ist sie so groß wie der ganze Rest der Welt man muss sich das vorstellen und deshalb ist das Schwergewicht natürlich in Asien schon China aber jetzt steigt Indien natürlich von einem tiefen Niveau aber ich sehe doch starken Wachstum in den nächsten 20 Jahren in Asien wobei die Börsen sie natürlich miserabel gehalten haben aber sie können in Hongkong jetzt Werte kaufen die sehr tief bewertet sind auch in Indonesia und Thailand wo wir gerade beim Thema sind das war ja meine Frage Sie sagen es ja gerade selbst China Asien also wir haben einen riesigen Markt China ist riesig geworden allerdings läuft die rund und besonders stark das ist jetzt die Frage wo ich da mal einklinken möchte ist der Immobilien Sektor betroffen also in China sehen wir ja gerade dass Evergrande zur Liquidation freigegeben wurde und Insolvenz beantragt der größte Immobilien Konzern der Welt mit 300 Milliarden die hier im Raum stehen plus Zuliefer Industrien das könnte ja also mal von außen betrachtet könnte das ein nächster Lehman Moment werden ich glaube nicht denn sie können eine Immobilienfirma in China nicht vergleichen mit einer Immobilienfirma in Deutschland oder Amerika weil in China wir reden von einer Bevölkerung von 1 bis 2 Milliarden Menschen und in Deutschland was ist die Bevölkerung 80 Millionen 84 aktuell plus in Amerika 313 Millionen und der Entwicklungsstand ist natürlich tiefer in China in Bezug auf Wohnraum pro Kopf und so weiter aber das ist klar der Immobilienmarkt in China ist eingebrochen und das ist ein gewisses Problem wobei ich finde dass die Medien wahrscheinlich die Probleme etwas übertreiben in China denn es gibt viele Industrien die haben gewaltigen Fortschritt vorgenommen teilgenommen in den letzten fünf Jahren und neue Technologien entwickelt und sie müssen nochmal anschauen wie viele Patente werden von China angekündigt im Vergleich zu den Amerika oder im Vergleich zu Deutschland oder Frankreich und so weiter die Chinesen haben unglaublich viele Patente erhalten für neue Produkte und neue Innovationen also ich würde sagen die Lage ist nicht gut aber nicht so schlecht wie die europäischen und amerikanischen Medien das darstellen und wir müssen das ganz klar sehen dass China in den Augen gewisser Leute in Amerika ein Dorn im Auge ist weil sie wesentlich größere Industrieproduktion haben als die Vereinigten Staaten und sie sind unglaublich effizient und haben eine sehr hohe Produktivität und in gewissen Industrien sind sie weit voran den Vereinigten Staaten aber nicht ein wenig weit voran und dann kommt dazu dass nicht die Amerikaner die wollten China bloß stellen mit den Demonstrationen in Hongkong das ist ihnen misslungen die westlichen Medien schreiben natürlich jeden Tag etwas Schlechtes über Hongkong und China ausnahmslos ich habe in den letzten zwölf Monaten nicht einen positiven abdeckt doch ihn abgedessen und man muss das auch verstehen die Medienleute also die Journalisten sind alles links gerichtete Charakterien die hassen die reichen Leute die hassen Erfolg weil sie selber relativ misserfolgreich sind im ökonomischen Leben von heute und schreiben immer etwas Negatives über Hongkong aber immerhin muss ich da betonen in Hongkong haben sie einige Immobilien Firmen das gibt es in Europa nicht die gar keine Schulden haben die sind hundertprozentig selbst finanziert und die meisten werden kontrolliert von Familien diese Familien sind unendlich reich also Milliardäre die müssen kein großes Risiko einnehmen deshalb haben sie wenig Schulden und bei diesen Firmen können sie die Aktien kaufen zu einem Discount von rund 70% unter dem Buch Wert also der Immobilienpreis müsste rund um 70% fallen bis sie als Aktionär Geld verlieren würden nicht weil wenn die Immobilienpreise steigern und fallen aber die Aktien von Immobiliengesellschaften steigen wesentlich mehr als die Preise und dann fallen sie wesentlich mehr als die Preise können sie auch in Deutschland beobachten und in Deutschland sind die Preise auch gefallen bei den Geschäfts Immobilien und bei den Privat Immobilien werden sie wahrscheinlich auch fallen aber da sehe ich eine Gelegenheit etwas Billiges in der Welt zu kaufen das wäre also in Asien Immobilien Firmen auch in Singapur sind sie wesentlich tiefer als der Buch wert und dann sehe ich noch eine Gelegenheit für Aktionäre in Gebiete zu investieren wie Südamerika weil es gibt viele meiner Freunde die glauben wir sind bereits im dritten Weltkrieg und da nehme ich an dass Südamerika etwas weit weg vom Schlachtfeld wäre das Schlachtfeld die Front wäre irgendwo in Osteuropa und im mittleren Osten und vielleicht in China und Taiwan aber Südamerika wäre da relativ geschützt und zu der Frage die sie gerade ausgesprochen haben was muss denn passieren dass wir im dritten Weltkrieg stehen das ist ja die grösste Sorge um die wir alle bangen wenn wir uns anschauen dass Polen sich habe ich gerade in einer Schlagzeile gelesen vorbereitet auf einen möglichen Krieg mit Russland NATO Admirate die darüber sprechen dass wir in den nächsten zehn Jahren mit einem Krieg gegen Russland rechnen müssen wo wird Ihrer Meinung nach der Schauplatz sein auf den die Welt am meisten schauen muss ist es China Taiwan ist es Ukraine und Russland oder ist womöglich der Nahe Osten Ja ich würde die Frage etwas ändern und sagen nachdem die NATO Krieg mit Russland unbedingt provozieren will wo kann man am besten investieren bis heute der ganze Krieg in Ukraine ist eine Provokation man hätte von Anfang an sagen können wir behalten Ukraine so als einen Buffer Zone ein neutrales Land wir wollen nicht dass Ukraine in die NATO kommt weil wir begreifen dass das als Aggression in Russland betrachtet werden könnte aber nein die Kriegsverbrecher in Amerika die im Staatsdepartement sitzen die wollen die ganze Welt bombardieren das ist das Wort sie haben ja genug erfahrung gesammelt in Laos Kambodja wo sie einfach teppich bombardierungen lanciert haben ohne Ende und Millionen von Menschen umgebracht haben und heute noch unter Gesundheitsleiden leben müssen das ist die Diplomatie der Amerikaner teppich bombardierungen Sie haben ja gesagt zum Klartext nein ich bin offen und dankbar für den Klartext weil genau das ist doch das warum unsere Zuschauer hier einschalten jetzt sehen wir das erste Mal im Falle des Ukraine Konflikts um es klar auszusprechen und des Kriegs mit Russland dass es ein und dieselbe Firma ist die diesen Krieg finanziert und die auch den Wiederaufbau finanziert wird ich spreche jetzt mal ganz konkret über die Finanzindustrie und zwar hier in dem Fall Blackrock wie mächtig sind Konzerne in diesem Schachspiel das wir hier sehen ja also nicht das ist ein Problem das sehr schwierig ist zu erklären in fünf Minuten aber grundsätzlich wenn sie mehr und mehr Bestimmungen haben und mehr und mehr Gesetze und so weiter der Kleinunternehmer leidet darunter große Firmen die können Spezialisten anstellen Anwälte Treuhänder Steuer Hinterzieher Experten und 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 also einen wettbewerbsmässigen Vorteil haben die großen Firmen gegenüber ganz kleinen Firmen das ist ganz klar und dadurch dass sie wettbewerbsfähig sind und viel verdienen können sie dann die korrupten sozialistischen Politiker leicht einkaufen kostet ja gar nicht so viel einen Politiker zu bestechen insbesondere nicht in Amerika ich habe mal einen indonesischen Freund nach Amerika mitgenommen der hat gesagt was wir können einen Politiker so wenig kaufen in Indonesien kostet es zehnmal so viel aber so ist es und dann haben die großen Firmen natürlich einen großen Einfluss auf die Politik aber in Deutschland nicht eben in Deutschland haben große Firmen wegen diesen linken Politikern ihren wettbewerbsmäßigen Stand verloren können sie mit allen großen Unternehmen sprechen jetzt haben wir aber ich weiß eben nicht wie das zu Ende geht aber ich kann mir nicht vorstellen dass das sehr gut sein wird für Finanzwerte und ich würde einem wohlhabenden Europäer anraten einen großen Teil meines Vermögens außerhalb von Europa zu investieren ich bin Schweizer ich habe einen Schweizer Pass deshalb habe ich gewisse Vermögensteile in der Schweiz aber nachdem ich in Asien lebe habe ich natürlich das meiste in Asien und genau das ist die Frage über die ich mit Ihnen noch sprechen wollte zum Abschluss wie man sich Ihrer Meinung nach wie kann sich der einfache Bürger der Sparer der eben nicht Teil dieses unter die Räder kommen sein will wie kann der sich aufstellen von klein bis groß also Sie sind im Aktienbereich sehr versiert mit dem Report ich habe ihn ja auch genannt den wir auch gerne unter dem Video verlinken haben Sie auch gewisse Tendenzen die Sie geben jetzt gibt es sehr viele verschiedene Anlageklassen und es gibt auch Anlageklassen die durch die staatlichen Eingriffe auch meiner Meinung nach in Gefahr sind also wo sollte der Anlieger heute hinschauen damit er im Alter zumindest eine Absicherung für seine Rente für seine Pension für seine Altersvorsorge besitzt es möchte ja nicht jeder zwangsläufig reich werden aber die Menschen möchten eben auch nicht im Alter in Armut leben mehr jaja da haben sie ganz recht wir haben eine moderne Armut in Europa weil die Rentenanpassungen sind natürlich immer geringer als die Kostensteigerungen genau und ich meine es ist ja unglaublich dass in Europa gewisse Leute einen Lohn haben und dann 50% dieser inkompetenten Regierung abtreten müssen ich meine die Wirtschaft von Europa wird wieder wachsen wenn der Staat als Prozent des Brutus Sozialprodukts das Maximum 20% erhält und 80% ist der Privatsektor und einer Konkurrenz unterstellt ist aber was der Einzelne tun sollte er muss diversifizieren er wird bei der Diversifikation nicht reich aber er wird Turbulenz an den Anlage Märkten die also ganz unvermeidlich stattfinden werden in den nächsten Jahren besser überleben und ich würde sagen er soll ein Teil seines Geldes ich habe 25% in Gold und Edelmetalle physisch da fragt man sich ja wo soll ich das lagen denn wenn die deutsche Regierung den Menschen sagen konnte ihr müsst euch impfen lassen und sie eines Tages auch sagen ihr müsst ihr Gold abtreten und da muss man das verstecken idealerweise wahrscheinlich bei sich zu Hause oder im Ausland außerhalb der EU und außerhalb des amerikanischen Imperiums weiterhin weil sie können das das ist für den Einzelnen viel leichter zu erfassen und zu bewerten er kann sagen wir eine Wohnung in München kaufen oder ein Haus in München das kostet so viel aber 40 Minuten und weg auf dem Land ist es wahrscheinlich 90% tiefer bewertet je nachdem er kann ein Haus gratis erhalten in Italien aber er muss etwas handwerklich bewandert sein um das Haus dann wieder in Stande zu stellen aber er kriegt Häuser in kleinen Dörfern in Spanien Portugal Italien und so weit ist unglaublich billig das würde ich machen und wenn er Schutz sucht Schutz der ihn schützt vor der Regierung soll er nach Sizilien gehen da ist er am besten geschützt oder Kroatien und Serbien und so weit also wenn ich in Europa wohnen würde ich würde sofort ein Haus auf dem Land irgendwo kaufen aber nicht in der Stadt Zürich denn die Preise sind sehr hoch die Preise sind hoch und ich habe Immobilien in Asien dadurch dass ich in Schengmai wohne habe ich natürlich einen grossen Teil der Immobilien hier in Thailand aber das für Ausländer aus Deutschland ist das nicht ganz einfach weil Ausländer grundsätzlich können kein Land besitzen in Thailand also grundsätzlich es gibt Wege durch Anwälte wo man das organisieren kann und dann würde ich einen Bestandteil meines Vermögens in Aktien investieren von sogenannten Value Stocks Value ist grundsätzlich das Gegenteil von Browse das sind Aktien die tief bewertet sind die wenig wachsen aber wo der Preis der Aktienpreis unter dem Buchwert liegt noch nicht alle tief bewerteten Aktien sind Value Stocks aber zum Beispiel wenn Sie den Goldpreis anschauen wie relativ hoch er ist und dann schauen Sie an was ist die Bewertung von Goldminen Aktien die meisten sind tief bewertet oder der Ölpreis ist relativ hoch auf über 70 Dollar pro Fass aber die Ölaktien als Prozent des Gesamt S&P Börsen Wertes sind sehr sehr tief bewertet das würde ich anschauen und auch Finanzwerte auch in Europa die Finanzwerte sind sehr tief bewertet grundsätzlich also es gibt immer Gelegenheiten vor zwei Jahren Ende 21 hatte ich eine Empfehlung für türkische Aktien da haben mir alle türkischen Leser geschrieben ich sei verrückt es sei alles schlecht und so weit und im Jahre 22 ist dann die türkische Börse und das hat sich um das Doppelte erholt und jetzt bis vor kurzem war Südamerika sehr tief bewertet jetzt ist zum Beispiel Petrobras das ist eine riesige Ölgesellschaft ist um 50% gestiegen in den letzten 12 Monaten und so weiter und so fort also man muss einfach anschauen auf der Welt aber ich sage für einen der nicht so viel Zeit hat und nicht so viel Geld das Beste ist Immobilien die tief bewertet sind zu kaufen und das sind Immobilien die nicht in der Stadt sind aber heutzutage ich muss nicht in einer Großstadt wohnen ich habe Bloomberg auf meinem Laptop den ich mit mir trage und kriege die Kurse in Amerika zur gleichen Zeit wie die Amerikaner und andere nicht zur gleichen Zeit wie gewisse Edge Funds die vernetzt sind das muss man auch sagen aber jetzt zusammengefasst heißt es jetzt sie haben gesagt 25% Gold oder Edelmetalle physisch sie haben gesagt Value Aktien also im Endeffekt auch das was Warren Buffett immer sagt und im dritten Prinzip und das ist anders als viele Immobilien Experten sagen Immobilien auf dem Land das hat sich vielleicht auch ein bisschen geändert würden sie sagen dieses die 3Ls Lage 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 ist heute nicht mehr so weil die Politik eben genau diese gute Lage vielleicht heute zu einer schlechten Lage macht wer möchte heute noch in der Innenstadt wohnen mit einer Migrationsquote von vielleicht 55% ist das der Grund warum sie sagen lieber raus aufs Land Schauen Sie die Macht ist konzentriert in der EU und in der deutschen Regierung in Großstrecken gehen sie aufs Land der Bürgermeister in einem kleinen Dorf dem stinkt doch die Politik der deutschen Regierung und der EU und da können sie einen relativ großen Grad an Freiheit genießen sie können die Türe eröffnen ihren Garten gehen und rauchen und werden nicht verhaftet verstehen sie in einem es gab ein Sprichwort in Kiel was Beijing sagt unter den Kaisern da kümmert sich die Provinzen überhaupt nicht um das war was die Regierung in Washington sagt interessiert den Texaner doch nicht der lacht über diese Idioten die in Washington im Kongress über sie einzelne Leute das ist eben das tragische eigentlich Demokratie ist ein Ideal das aufkam schon zur Zeit der Griechen aber die Demokratie damals das hat der Plato ganz deutlich geschrieben es kann nicht zu einem Mob Herrschaft kommen sondern die Wähler müssen gebildete Leute sein und ich sage immer die Akademiker da wäre ich also sehr vorsichtig die meisten sind links deshalb würde ich sie nicht unbedingt in die Regierung einbeziehen aber ich würde auch nicht befürworten wenn die deutsche Regierung sagt wir bestimmen wer wählen und bestimmen kann nicht denn dann könnten sie Kriterien einführen die natürlich ihre Interessen selber vertritt und nun gut wir haben jetzt lange genug gesprochen das war auch der Punkt also sie haben uns mehr Informationen gegeben als ursprünglich erwartet ich möchte mich an der Stelle bei ihnen bedanken bei uns ist es auf dem Kanal für gewöhnlich so dass der Gast in dem Fall sie das Schlusswort hat ich möchte die Zuschauer noch mal anhalten wer Herrn Faber folgen möchte der Gloom Doom and Boom Report ist unter dem Video verlinkt Herr Faber was möchten Sie den Zuschauern eine Hoffnung noch mitgeben weil in jeder Krise und jedem Problem liegt ja eine Chance der Kapitalismus und die Konkurrenz ist nicht ideal es gibt kein ideales System es gibt gute Diktatoren und schlechte Diktatoren und es gute Regierungen und schlechte Regierungen es hat gute Könige gegeben und gute Kaiser und schlechte Kaiser und so weiter aber eines würde ich betonen was der Staat auch immer macht wird schlechter vollzogen werden als der Privatbetrieb denn der Privatbetrieb muss doch die Kosten tief halten um einen Gewinn zu erzielen und er muss ständig Innovation bringen um wettbewerbsmässig an der Spitze zu stehen und die Regierung braucht das nicht und sie müssen nur anschauen wie die Regionsbeamten arbeiten ich früh früh morgen und am Nachmittag musste ich schreiben meine Berichte und so weiter und das ist in der ganzen Literatur können wenn wenn jemand etwas freiwillig macht macht er es besser als wenn er unter dem Zwang der Regierung etwas tut und wenn er 90% seines Einkommens behalten kann ist er mehr motiviert als wenn er 50% einer katastrophalen Regierung abtreten muss soll das sein absolut ich finde das ist ein schönes Wort und ich bedanke mich ebenfalls also folgen Sie gerne Herrn Faber sollten Sie auch nach den passenden Möglichkeiten suchen wie Sie sich Ihre Familie und Ihre Finanzen bestmöglich schützen dann darf ich Sie einladen zu unserem Webinar am 21. Februar um 19 Uhr mit Ernst Wolf zu kommen dieses kostenlose Live Event und das Ticket hierzu bekommen Sie in dem sich hier Ich würde mich freuen wenn Sie dabei sind und an diesem Abend alles tun damit im Jahr 2024 und darüber hinaus Ihre Finanzen bestmöglich abgesichert sind